Ah, perfekt. Das ist das. X, nein, C. Dann muss das hin, das sieht cool aus. Und dann muss das da hin, das sieht dann auch cool aus. So, jetzt zeige ich euch, wie man Schnee sammelt oder sich besorgt. Holz haben wir sogar dabei. Perfekt. Hatte ich sogar gar nicht dran gedacht, das mitzunehmen. Yeah. Gebongt. Mein Gott, gebongt. Nein. Ah, ne, doch, machen wir erst mal so. So. Ich zeige jetzt unseren Abonnenten hier, wie man eine Schneeproduktion zum Laufen bringt. Ähm, so, danach müssen wir eh noch mehr bisschen bauen dafür. Aber das Coole ist, wir sind hier in einem Gletscherbiome. Und das eine Ebene, genau, die erste hier, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Zielen. Äh, sind Snowblocks. Und ich muss hier echt ein bisschen aufpassen mit der Mining Drill. Ähm, so. Ja, ja, die Mining Drill, die kann gefährlich sein. Die haut teilweise alles weg. Instant. Instant. Bata Bäm. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, scheiße. Ähm. Kommen wir jetzt da nochmal hoch? Oh Gott, da muss ich so gespringen. Verdammt. Hätte ich mir doch eine Leiter bauen sollen. So, ein bisschen Dirt brauchen wir hier. Ein, zwei. Angeschlossen. Nochmal zwei. Angeschlossen. Oh, eins ist mal wieder voll. Ja, crazy shit. So krass sieht das aus. Alter, haben wir Strom? Nein. Wir haben keine Kakteen. Wie oft noch? Oh, nee, ich dachte, die sind schon gewachsen. Nee, die wachsen ein bisschen langsam. Hier ist schon die ganze Zeit immer zum Farmen, wenn was gewachsen ist. Hm, so. Da stehe ich die ganze Zeit irgendwie im Kaktus. Da muss man inventorylich leer machen, aber nein. Äh, so. So, jetzt bei der Flatmap ist nur das Problem, dass hier immer die Wolken so einem in die Fresse reinfliegen. Aber das stört uns mal weiter nicht. Eigentlich könnte ich das auch automatisieren, aber... Äh... Kakteen? Ja. Ja, das können wir ja mit Forestry machen, gell? Ähm, ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich hatte ja mal eine Kaktus-Farm, die mir Strom produziert hat. Da, da, da. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Nein. Andersrum. Oder? Liebt mich nicht. Lisch. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Wo bist du nur, mein Sonnenlicht? Kannst du die spacken noch? Will ich. Die waren cool, die waren cool. Äh... So, Gott. Ja, ich weiß, ich... Ich hätte hier auch... Ach. Nein, nicht die da rein. So. Ähm, jetzt wird es eh langsam hier voll in der Kiste. Mit... Mit was baut man eine Ender-Chess schnell ab? Gott, ey, das dauert ja ewig. Mining-Drill? Nein. Nein. So. Dann das hier noch rein. Perfekt. Äh, dann gehen wir mal wieder zurück hier. Aus unserer schönen Welt. Denn wir brauchen unverarbeitetes Holz. Brauchen wir was wirklich? Doing, doing, doing. Doing, 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 doing. Adam? Ja. Ich glaube, wir haben hier Holz. Denn ich war doch... Gimmi, gimmi, gimmi. Ja, irgendwo war es. Ich weiß nicht auch. Äh, weil ich bräuchte eine... Äh, mein Auge juckt. Äh... Mein Auge juckt? Holz siehst du auch, wie Steve aussieht. Ah, nee, wir haben ja eine Barrel. Aber nicht. Bei mir habe ich mein Skin. Äh, dann brauche ich hier... Au... Nein, nicht. Ei, Auto. Äh, das mal mit Zahnrädern. Äh, das kriege ich auch noch hin. Ähm... Barrel, Barrel. Das ist Nummer 3. Muss ich da hinbauen. Äh, dort, wo ist mein Dort? Überlebensdort. Äh, das... Da ist es. Und das, ähm... Ich glaube, ich rede gerade ein bisschen zu wenig wieder. Ich bin ein bisschen brain-leggy. Oh! So. Ähm, dann haben wir das Barrel. Äh, ich... Wie war das nochmal mit den Dings? Zweites Barrel, schaue ich mir. Was? Dammit. Warte, ich komme mal. Warte, warte, was treibst du da? Oh, darf ich mich jetzt so eine Redstone-Engine klauen? Ja. Ja. Oh, perfekt. Hoppla, darf ich mir auch zwei klauen? Brauchst du alle nicht? Nee, brauche ich gerade alle nicht. Okay, echt. Aber es ist auch noch einer in der Kiste hinten. Oh, perfekt, perfekt. Ähm, wollen wir schnell schlafen gehen, bevor ich hier wieder... Pssch, brrrr, komm. Ja, das ist eine gute Idee. Warte ich nämlich auch nicht. Alle ist kaputt. Ich trinke mal was. Hep, hep. Ich lege auch. Habe ich Hanut das neben mir? So cool, Adam, so cool. Schaust dir da hinten an, Alter. Ich komme, ich komme. Ich gucke mal, was du hier verbrochen hast. Das ist für keinen Strom mehr. Ich brauche scheiße, ich brauche eine Redstone-Engine, brauche ich. Die habe ich ja. Die da brauche ich für die. Oh, das Einstellen, meinst du? Ja. Gut, dass du nachgeschaut hast. Ich hätte es einfach nachschauen können. Dass die merken. Achso, nee. Ich weiß schon, was es ist, aber... Das Ding ist doch, dass ich da... Achso, nee, das kann ich auf die Seite bauen. Das ist ja voll chillig. Gib mir mal eine Redstone-Engine, bitte. Ja. Dankeschön. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Da hatte ich doch irgendwas mit so einem Redstone noch verkabelt. Ja, das Lustige ist einfach, dass ich das hier dran machen kann. Oh Gott. Ach nee, warte mal. Stimmt, ich kann das hier dran bauen. So. Jetzt das Ding dran. Und jetzt... Aber wie war das eingestellt? Ähm... Wie war das? Das war eingestellt mit... Oh Gott. Nee, das war woanders da eingestellt. Ach so, nee, nee, nee. Ach jetzt, Mist. Die Kacke ist das... Das ist ja jetzt nicht genau am Magma-Cruise-Sable-Ware. Da war nämlich eingestellt, wenn Flüssigkeit im Tank ist, soll es ein Signal geben. Weil es hat quasi dann immer... Kurz war Flüssigkeit drin, dann gab es ein Signal, dann hat es einmal gepumpt. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Oh ja, genau. Was könnte ich machen? Ich könnte das hier weiter wegsetzen. Ich komme nochmal wieder, wenn du fertig bist. Jo. So, dann haben wir die. Da haben wir eine Redstone-Engine. Dann brauche ich Pumpen. Die habe ich auch. Das habe ich... Okay, das müsste reichen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ähm... Dann gehen wir einfach mal. Das ist blöd. Wollte ich so cool da hinbauen. Nell... Biuh... Biuh... Wuschu... 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 Scheiße, ich muss ja aus ner Barrel von unten rauspumpen, gell. Fuck. Ähm, so. Ah, jetzt weiß ich wieder wie es war. So kann man es machen. Da hin. Und das Ding können wir jetzt einstellen auf. Liquid in Tank. Ähm. Ah ne, Space for Liquid, das ist ja noch besser. Wenn Platz ist, dann gibt es ein Signal. Ach ne, das ist nicht. Ne, wir haben ein, also nur das eine gegenweist ich. Stimmt, 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 stimmt. Jetzt fällt es mir auch grad ein. Weil es geht nur das. So, und dann habe ich natürlich nur einen Hebel mitgenommen. Das ist sehr gut. Äh. Das habt ihr gerade nicht gesehen. So, Herrzeit. Äh. Und noch ein Hebel. Kriegen wir natürlich nicht hin. Ah. Fuyu Spiel. Äh. Gibt es die Redstone oder so? Karate Kid Fuyu. Hier sieht es gut aus. Ich brauche doch nur Kabel, Stein. Ah ja. Aber, aber, aber. Ähm. Ähm. Das da und das da. Und das da. Perfekt. Ich muss überlegen. Wie war denn das nochmal? Das ist ja jetzt ein Problem, wenn ich zwei von denen hab. Ähm. Ähm. Das ist wirklich ein Problem. Nicht gut. Ähm. 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 Äh. Wie war das nochmal mit einer Redstone-Engine, Adam? Sie pumpt wenn man, wenn man ihm ein Signal gibt, dann pumpt sie nicht mehr, ne? Oder ne, andersrum. Andersrum. Sie braucht ein Signal, damit sie pumpt. So. Dann. Ah, perfekt. Und. Ah ja, ich kann ja. Ach so, Adam, warum funktioniert Dings nicht? Space in Inventory? Das müsste doch auch funktionieren. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Ich weiß, dass ich da ganz lange rumgebastelt habe. Und das eigentlich die einzige Lösung war, die wir da hatten. Und man hört dich atmen. Sorry. Schimm dich. I'm sorry. Ratte. Ja, das ist doch mal schön. Genau, jetzt macht sie mich hier die Snowballs. Und bräuchte ich einen noch, einen Loader. Warte, ich komm jetzt mal. Ich könnte eigentlich auch. Ach, warte mal. Ach, das ist der Scheiß. Man hört dich immer noch atmen. Was machst du denn, du? Sorry, Mann. Wir wollen doch Qualität liefern. Oh, ich hab da immer noch kein Dach gebaut für das Ding hier. Na, oh Gott. So viele Baustellen. Das Problem war, jetzt weiß ich es nämlich wieder, dass der Magma Crusader ein eigenes Inventory hat unter dem Stromding. Also ich weiß das, was eingestellt war. Was war denn denn eingestellt? Weißt du das noch? Ja, eingestellt war Liquid in Tank. Und Signal. So, das war eingestellt. Äh, ja, stell das mal ein. Space for Liquid, Liquid in Tank. Und dann gibt es ein Signal. Genau, und dieses Signal macht oben die Redstone-Ding an. Das Problem ist, dass du jetzt hier auch zwei hast, gell? Du brauchst echt zwei davon. Deswegen, ja, das ist ja das Problem. Genau das ist das Problem. Ja, dann bau doch zwei einfach nebeneinander. Hier und... Hier bei den Redstone-Menten noch eine. Du brauchst doch noch eine, siehst du? Ich hab noch eine. Passt. Ich glaub, jetzt bist du zu leise geworden. Nein, passt schon. Das ist, äh... Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ähm... Ja. Dann mach ich es jetzt so. Dann mach ich das hier dran und hier dran. Ähm... Und dann... Muss hier ein Ding sein und hier... Hier ein Gate. Genau, dann brauchen wir zwei Gates. Und die sagen halt jetzt... Was sagen die? Liquid... In Tank. Ja, Liquid in Tank. Au revoir. Und dann Redstone-Signal. Und hier auch Redstone-Signal. Und das Signal geht jetzt auf... Die Pumpe. Ah, genau. Okay. Shops, Shops. Jetzt ist das Ding wieder abgeploppt. Meine Güte. Ich komme erst, wenn es läuft. Ja, ja. Hast schon. Barreta. So. So, dann ist da die Barrel jetzt drauf. Jetzt, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's gleich. Jetzt hab ich's gleich. Oh Gott, ich hab Angst, dass ich runterfalle. Ich wette, Adam stirbt heute wieder. Das kommt da drauf. Zackalaka. Zackalaka. Genau, tschakalaka. Tschakalaka. Muchas, maracas, tschakalacas. So. Hoppala. Ja, da. Ich hab'n Roboter gebaut. Warte. Ich komm gleich hoch. Ja, lass dir Zeit. Bin eh noch am Basteln. Ähm, ja, ich muss eh gleich jetzt dann, äh, so, so ne, so ne Kettensäge bräuchte ich, um Holz hacken zu gehen. Warum denn? Wir haben doch Holz. Ich hab doch alles abgeholzt hier hinten. Äh, ich glaub, das wird nicht reichen. Braucht 640 Barrels. Jedes Barrel braucht. Wie viel? 4, 5, 6, 7, 8 Holz. Ne, 9 Holz. Ja, dann brauchst du ne Muttersäge und wir haben ja da hinten diese Riesenbäume. Kannst du sagen. Mach ich braum. Und meh die alle nieder. Ich mach sie alle nieder. Immer, immer wieder. Ach Mist, jetzt passt mir das auch schon wieder nicht. Hoppala. Oder geht das? Ich glaub nicht, dass es geht. Du frag jetzt. Das ist jetzt ne jute Frage. Ich glaub nicht, dass es funktioniert. Ähm, ich hab hier auch ein kleines Problem, seh ich grad. Ich glaub, da gibt's jetzt ein Badabam bei mir. Wenn ich hier die Barrels platziere, gehen die ja ineinander. Das ist gar nicht gut. Äh, scheiße. Da hab ich das hier falsch gelegt grad. Oh no. Ne, Moment mal. Äh. Äh. Äh, ne, wir zählen's mit Koordinaten ab. Das ist gar einfacher. Was haben wir denn hier? Die... ...steigt. Das ist... ...2,31. Oh Gott, ich... ...und dann nicht hier lang noch. Pies. Ziehst du das denn durch? Immer mühtest du ihr Heck. Du kriegst halt keinen Gesundheit. Es wird alle... Alle wird's zerreißen. Es wird einfach alle zerreißen. Ne, das hören wir. Ja, katastrophal. Dreiundvierzig ist es. Warum ist es Dreiundvierzig geworden? Was für ne Scheiße hab ich denn hier zusammen gewohnt? Ähm... ...hundertfünfzehn. Sehr gut, sehr gut. Dann funktioniert das jetzt so... ...passt so, wie ich mir das vorgestellt hab. Auch Dreiundvierzig. Hä, war ich betrunken, als ich den Scheiße gebohrt hab? Das könnte schon sein, oder? Ich glaub, das passiert gar nicht so selten bei mir. Äh... Alter, ich... ...ich war prall, aber vom Feinsten, glaub ich. Wie zur Hölle hab ich das Dreiundvierzig hinbekommen? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißig, ...dreißig, vierzehn, fünfzehn, 16, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfezehn, fünfezehn, sechzehn, siebzehn, 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 siebzehn. Nein Kann schon sein, oder? Das sieht zwar cool aus, aber es ist nicht so cool Nicht so cool, wie ich gedacht hab Es muss cooler werden, es muss cooler werden Okay, scheiße, es ist dunkel Ah, na Na, ich komm ja schon Ich komm ja schon Ich komm ja schon